. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es um ein Thema, das Sie ganz persönlich betrifft. Vor allen Dingen, wenn Sie sich mit Plänen beschäftigen, ein Haus zu kaufen. Und zwar ein Haus auf Mallorca. Ich kann Ihnen nur eins sagen, kaufen Sie kein Haus auf Mallorca. Damit werden Sie langfristig kein Glück haben. Jetzt werden Sie vielleicht denken, jetzt ist er verrückt geworden. Jetzt betreibt er hier schon Immobilienhandel oder was? Nein, nein, nein. Die Frage, soll ich mir ein Haus auf Mallorca kaufen, ist eine Frage, die uns in die Tiefen der Geophysik führt. In die Tiefen unseres Planeten. Und letztlich sogar auf die Frage, wie unser Planet überhaupt funktioniert. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie als alte Alpha Centauri Zuschauer natürlich daran interessiert sind, langfristig zu planen. Und nicht zu diesen Quartals, was hätte ich gesagt, Quartalsäufern, Quatsch. Zu diesen Quartalspezialisten gehören, die eben mal auf der Börse spekulieren und dann schon nach einem Vierteljahr wieder draußen sind. Nein, 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 nein. Wir reden hier über langfristige Vorgänge. Gucken Sie sich Ihre Fingernägel an. Mit der Geschwindigkeit, mit der Ihre Fingernägel wachsen, bewegen sich die Kontinente. Weil diese Erkenntnis, diese Erkenntnis führt dazu, dass wenn man langfristig plant, man sich natürlich nicht Häuser erwirbt auf Gebieten, die irgendwann in 20 Millionen Jahren nicht mehr da sein werden. Naja, also wollen wir mal ganz langsam. Es geht um Plattentektonik. Es geht darum, wie bewegen sich Kontinente und warum vor allen Dingen. Warum? Und wir werden am Ende der Sendung wieder darauf kommen, dass offenbar unser Mond eine viel, viel wichtige Rolle spielt für unsere Erde, als wir jemals gedacht haben. Also fangen wir mal an. 1915. Alfred Wegener, ein deutscher Geophysiker, brachte folgende Idee zu Papier. Er war der Meinung, dass die Kontinente offenbar vor einigen hundert Millionen Jahren zu einem großen Superkontinent zusammengewachsen waren. Dieser Kontinent, dann dieser Superkontinent Pangea, die sogenannte Allerde, dann zerbrach und die einzelnen Platten über dem Planeten Erde praktisch wie Schiffe auf dem Meer hin und her. Vor allen Dingen aber weg voneinander schwimmen. 1915, das war so die Zeit, wo die Geologie so ihre erste wichtige Phase hatte, Fossilienfunde an allen Ecken und Enden. Also vor allen Dingen Fossilienfunde auf verschiedenen Kontinenten, die sich aber sehr ähnlich waren. Diese Fossilien waren sehr ähnlich, als ob da früher mal was dazwischen gewesen wäre, eine Verbindung da gewesen wäre. Vor allen Dingen, lassen Sie mal die Weltkarte vor Ihrem geistigen Auge so abrollen. Südamerika und Afrika, die passen ja ineinander wie die Faust aufs Auge. Das war so der erste Hinweis. Aber es gab auch viele andere, viele, viele andere Funde auf der Welt, die eigentlich sich prima durch Wegeners Modell erklären ließen, dass es früher mal ein Kontinent gegeben hat und dass diese Kontinentteile dann langsam, aber sicher auseinander driften. Na ja, die Geologen haben gesagt, hier, ist doch Quatsch, was sollte das für eine Kraft sein, die ganze Kontinente bewegt. Wie sollte das funktionieren, da haben wir doch überhaupt... Also, es letztlich geriet die Idee von Wegener völlig in Vergessenheit und niemand hat sie auch nur so richtig ernst genommen, wie das so ist. Es gibt wissenschaftliche Schriften, die verschwinden einfach in den Bibliotheken und das war's. Nun aber, in den 50er und 60er Jahren machten die Amerikaner Folgendes. Die Amerikaner fingen an, sich für den Meeresboden zu interessieren. Das heißt mit anderen Worten, sie fingen an, mit U-Booten den Meeresboden ziemlich genau zu vermessen. Vor allen Dingen den Atlantischen Ozean, der hat es ihnen angetan. Und was da zu Tage trat, möchte man fast sagen, denn da unten ist es ja ziemlich dunkel, in ein paar tausend Meter Tiefe, was da zu Tage trat, das war eine Revolution der Geophysissenschaften. Denn es zeigte sich Folgendes. Im Atlantischen Ozean gibt es ein riesengroßes Gebirge, einen sogenannten ozeanischen Gürtel. Der zieht sich also letztlich sogar um die ganze Erde herum, weil er ist nicht nur im Atlantischen Ozean, sondern er zieht sich durch den Indischen Ozean und durch den Pazifischen Ozean. Und aus der Mitte, aus diesem Gebiet in der Mitte des Ozeans, kommt Material raus. Der Erdboden, nicht der Erdboden, der Meeresboden driftet auseinander, weil er praktisch aussprudelt, aus dem Inneren der Erde sprudelt Material heraus. Die Altersbestimmungen des Meeresbodens waren vorher schon, hat man schon gedacht, oh oh, denn der Meeresboden ist höchstens 200 Millionen Jahre alt. Wer es Kontinentalgesteine gibt, die 3,4, 3,5, 3,6, 3,8 Milliarden Jahre alt sind. Also die Kontinente sind offenbar viel älter als der Meeresboden. Schon das war schwer zu verstehen. Und als die das dann da beobachtet haben und Gesteinsproben nach oben brachten, da fand man was ganz Tolles, nämlich links und rechts von diesem mittelatlantischen Rücken. Da gab es Gesteine, deren Magnetfeldrichtung, nämlich jedes Mal, wenn das Gestein aus dem Inneren der Erde rauskommt, dann friert es sozusagen, sein Magnetfeld wieder friert es ein. Deren Magnetfeldrichtung abwechselnd, mal so, mal so mal, also die Magnetfeldrichtung der Erde hatte sich systematisch umgedreht. Und also, links und rechts von diesem mittelatlantischen Rücken sah man, wie das Material nach außen läuft, das Alter sich immer größer wird, aber höchstens 200 Millionen Jahre. Und das Magnetfeld hatte seine Richtung x-mal geändert. Damit war klar, es muss eine Energiequelle geben, die das Zeug aus der Erde rausbringt und das schon seit mindestens 200 Millionen Jahren. Und offenbar dafür zuständig ist, dass der Meeresboden sich ausbreitet und jetzt ist natürlich klar, Wegner, 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 1915, die Platten der Kontinente voneinander wegschiebt. Und damit war endlich ein Standardmodell geschaffen, eine Standardvorstellung für die Geophysik. Für die Geophysik, für die Geologie, für alle Geowissenschaften war dieses sogenannte Seafloor-Spreading, dass also der Meeresboden sich ausdehnt. Das war für die eine Entdeckung wie die Hintergrundstrahlung, wie die kosmische Expansion für die Astronomen. Endlich hatte man mal einen theoretischen Rahmen, in dem sich all diese Oberflächenveränderungen verstehen ließen. Woher kommen die Anden, das große Gebirge in Südamerika? Wie entstanden die Rocky Mountains? Woher kommt der Himalaya? Nur ganz einfach. Indien, jawohl, Indien rammt seit 50 Millionen Jahren, naja, rammt. Aber Indien schiebt seit 50 Millionen Jahren, schiebt sich die indische Platte in die euroasiatische Platte und hebt dabei den Himalaya hoch. Immer noch, Indien hebt immer noch an. Und das tibetanische Hochland. Ja, oder hier, Südamerika, ja, Südamerika knallt, manchmal gehen mir die Worte über. Also, Südamerika bewegte sich dann auf Nordamerika los. Übrigens interessant, Nordamerika ist seit einigen Millionen Jahren dabei, sich von Europa zu entfernen. Also, das hat jetzt politisch nichts zu sagen, sondern das ist eine reine geologische Aussage, Nordamerika entfernt sich von Europa. Immer noch, immer noch. Südamerika kommt von unten auf Nordamerika los. Damals die Geschichte Panama-Panama. So entstand also dieser mittelamerikanische Teil, der zum Beispiel dem Meer den Weg versperrte. Vorher gab es eine große äquatoriale Strömung. Jetzt hatte sich Panama, Costa Rica, Dominikanische Republik, hatten sich da hingelegt, kam das Wasser nicht mehr durch, musste das warme Wasser in Richtung Norden abströmen. Golfstrom, ne, dem verdanken wir letztlich unser immer noch angenehmes Klima. Ja, und jetzt kommen wir endlich mal zur Sache. Zur Sache heißt Mallorca. Ja, es ist eben nicht nur so, dass Amerika sich von Europa entfernt, dass Südamerika sich mit Nordamerika verschmolz oder, sagen wir mal, zusammenstieß, Indien dahin schiebt. Ne, 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 ne. Okay, Afrika. Seit 30, 40 Millionen Jahren ist völlig klar, was passieren wird. Afrika kommt. Da können wir machen, was wir wollen. Und zwar, wie gesagt, mit der Geschwindigkeit, mit der unsere Fingernägel wachsen, kommt Afrika. Es gab schon einige Vorboten. Der Balkan zum Beispiel und Italien sind Teile der afrikanischen Platte. Und seitdem Afrika also richtig schiebt, heben sich die Alben mal mehr, mal weniger stark an. Praktisch ein großer Teil der großen europäischen Gebirge hat nur damit zu tun, dass Afrika also gnadenlos auf Europa zudonnert. Und deswegen auch das Problem. Wenn Afrika jetzt so weiterschiebt und es gibt kein...